Weiter geht's in unserer Show-Fans-Kurio. Wir haben gar nicht mehr so viel. Wir sind mal wieder mit dem Rücken zum Publikum und haben gerade Ripp-Ripp gemacht. Und jetzt drehen wir uns so. Unsere Hände bleiben so, also wir bleiben mit dem sogenannten Pinguin. Und wir ziehen unsere Knie hoch. Knie, 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 Knie. Und drehen uns damit über die linke Schulter. Schnell ist das. 1, 2, 3. Wobei der Letzte ist abgesetzt. 1, 2, 3. Dann springen wir nach rechts raus. Irgendwie ist das für mich ein geraden Schritt. Wir springen mit rechts raus und machen mit links eine Hacke. Und ziehen unsere Arme so und zurück. Und dann machen wir noch ein Wickel rechts und legen unseren rechten Arm mit der Faust nach innen. Also, wir haben Wickel, 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 raus und hoch. Sehr gut. Nächste Woche gibt es schon die letzten Schritte. Und dann ist unser Problem fertig.